Bööö Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute ausgegebenen Anlass. Copyplaytime im Chapter 2. Weil ja diese Woche der dritte Teil rauskommt, das dritte Kapitel. Jedes Mal meine Bitte an euch. Falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt mit irgendwelchen Horrorspielen crappy Horrorspielen dann müsst ihr diesen Kanal abonnieren. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Es ist keine Bitte, es ist ein guter Rat für euch, damit ihr das wisst. Naja, gut. Ansonsten ein Like da lassen und nicht vergessen, Kommentare zu schreiben. Das hilft mir sehr. Passtet euch nichts und ist gut für den YouTube-Algorithmus. Naja, gut. Ich sag mal so, wir gehen da gleich mal in das Spiel hinein. Mommy Longlegs Mommy Longlegs Mommy Longlegs Playtime Co. Playtime Poppy Playtime, Kapitel 2. Geil. So, hier. Da haben wir unsere Küste. Die ist jetzt ja offen. Da war ja die Papi-Puppe drin. Na gut. So. So. Hier. Ah ja, noch so'n Huggy. Ah ja. Hallo, Poppy. Ja. Bam, in your face. Bam, bam, bam. Okay. Sie sind innen. Okay. Müsst ihr eigentlich hier rum? Dann hier rum? Das war's ja eigentlich, oder? Keine Ursache. Immer gern. Ja, die Dinaros möchte ich sehen. Okay, also. Okay, also. Okay, also. Unsere gute Papi, die möchte uns helfen, wie es aussieht. Die Gute? Die sagt halt, ja, hier. Da ist ein Bahnhof. Und da kommst du halt raus. Und du brauchst einen Kut. Und den hat sie halt. Die möchte uns halt helfen. Das scheint ja so eine richtig nette Puppe zu sein. Jetzt sind wir wieder hier, oder was? Hey, ich bin hier. Hallo. Ich sehe dich auch. Ich sollte dich durch die Fenster folgen. Diesen Weg. Ah ja, jetzt haben wir noch von einer kleinen Puppe rumkommandiert. Das ist ja... Oh, scheiße. Hallo. Ah ja, wunderbar. Na, meine Kleine. Hör, ich werde dich brauchen, um mich zu vertrauen. Scheiße, was ist denn nun passiert? Ah. Können wir hier irgendwo anders lang gehen? Play Palace. Will ich hier reinspringen? Komm, wir springen jetzt hier rein. Hüpp. Whee. Die Rutsche. Whee. Game Station. Aber... Hier. Ich glaube, wir müssen hier erstmal ein bisschen Strom schaffen, damit es funktioniert hier. Na ja, gut. Okay. Äh. Zwei und eins. Das ist ja... Das ist jetzt die Krise, oder? Eine Stunde später. Das wird doch was. Warum das ist schwierig jetzt? Zum frühen Morgen ist es immer um so schwierig, sich die Bräsel zu lösen. Aber ich spüre ja gerade Kaffee nach, also von daher wird es jetzt gleich besser. Mein Schatz denkt, dass da die Poppy da auch irgendwie gruselig ist. Und aus ihrem eigenen Interesse da uns hilft. Das denke ich mir nämlich auch. Oh, nein. Geh mir die Puppe wieder. So. Mommy? Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the game code to a ship. Now, how is that fun? Instead, why don't we make games out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you win our three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to musical memory and mommy will get things started. Obey the rules for our carrying a parent. And eat your insides while you're still alive. Okay, 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 okay. Na, wie in jedem guten Horrorspiel müssen wir jetzt ja hier ein Spielchen spielen. Ne, gut. Jetzt sind wir ja schon mal hier an der guten... Ja, an der Game Station. Das ist wahrscheinlich der Zug, wo wir dann rauskommen. Hi Kids, willkommen zur Game Station. Ich bin Stella und wir haben drei super duper lustige Spiele zu spielen. Diese kleinen Tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Long Legs down the stairs and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. So. Ah, hier. Music memory. Wir haben da jetzt solche kleinen süßen Kinderspiele, die wir spielen. Und die werden wir ja easy peasy gewinnen. Und dann kriegen wir unsere Kuppe wieder. Und die hilft uns dann hier rauszukommen. Das klingt ja so richtig gut, aber irgendwie habe ich auch ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl, dass wir da einfach so raus können. Und dann gibt es ja noch gleich das dritte Kapitel. Ich glaube, wir haben da auch noch... Das wird da nicht hier in dieser Episode alles gelöst. Molding Room. Was machen wir denn hier? Ja. Mhm. Ja, hier wurde das erstmal zusammengeschweißt ins Plaster. Ah, schön. Jetzt kommt es dort raus. Alles rohe ist kaputt. Ja, kleines schönes Rätsel ist ja gar nicht so verkehrt. Okay. Okay. So, jetzt geht die nächste Maschine löst. Bam. Bam. So, jetzt besser. Ah, wunderbar. Ja, jetzt tun wir noch Spielzeuge fertigen. So weit ist es gekommen. Erst bezahlt man da für das Spiel und dann muss man Spielzeuge fertigen. So, weiter. Ich brauche nur eine und keine Fünfe. Ah, hier. Gut. Ja. Los geht's. Okay. Das ist in diesem Video. Yolett. Musical memory. Nice. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. Gut, this feeling, this will ja richtig go rein for me. Also, wenn wir falsch machen, kommt der Bonzo, der haut uns dann mit seinen Schellen auf zu mal fressen. Scheiße. Ja, gut. Good luck, Leute. Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place of it running in years. Mommy can only imagine, how excited Bonzo must be. It's been such a long time since we've been able to play, to cheer, to eat. Oh, das ist die Dino. Gut luck. Dino? Da frisst mich jetzt. Scheiße. Renin. 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 Red. 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 Renin. Renin. Blue. Red. Red. Blue. Green. Red. Red. Green. Red. Red. Blue. Green. Yellow. Red. Red. Blue. Green. Yellow. Round two. Das war's auch nicht. Scheiße. Green. Red. Green. Red. Red. Green Red Yellow Green Red 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 Green. Uah! Fuck! Green. Rot. Rot. What? Ah. Grün... Yellow. 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 Green. Violet! Ugh! Das ist ein Violet! Haaaaaaah! Ist ein bisschen violett gewesen, aber vielleicht hinter uns? Scheiße, it's not over, sche- Ja, hoffe ich doch mal, get up. So, noch mal probieren, du. Ich dachte wir müssen da hier vielleicht zwei Farben mixen, ja eh mal. Okay, jetzt konzentrieren uns, Leute. Im Chat, ihr müsst mitmachen. Nicht nur lachen, dass ich gefressen werde von den Vieh. J. 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 Orange. J. J. Und die Elbe. Scheiße. Oh nee. Uff. Hab ich es jetzt? Geil. Ich hab gewonnen. Mami. Na ja. Danke. Pick up train code. Eins von drei. Geh weg. Du dufe Spinne. Du. Sind die Scheiße. Oh ne Klasse. Was ist denn hier? Ich dachte jetzt ist das Skitter hier davor gepackt. Na ja gut. Leute. Das sind wir. Haben wir das ja hingekriegt. Ja mit dem ersten Spiel. Oh ein bisschen schwierig zum Schluss. Aber naja. Bisher passiert ja noch nichts. Das ist auch viel. Ah ja. Chat sagt, ich hätte es ja gut gemacht. Das denke ich auf jeden Fall. Das stimmt. Aber mit dem Gruselfaktor ist es nicht so richtig. Wie beim ersten Teil fand ich. Da haben sie da sich im Gruseligen unter Mami gegeben. Im ersten Teil auch hier. Ah ja. Ich glaube jetzt kommt hier Spinnmonster. Dann werden wir so richtig ängstlich. Na ja gut. Game Station. Wir haben da jetzt. Kommt noch. Ah kommt noch. Denkt ihr. Chat, dass es noch gruselig wird. Na wir haben ja eins von drei Rätsel sozusagen gelöst. So. Du hast es fantastisch gemacht. Wer hat dir die Möglichkeit gegeben, so smart zu sein? Mami ist super stolz von dir. Aber ich bin sicher, dass sie dir das schon gesagt hat. Unsere nächste Spiel ist Wagga Wuggi. Geht nach unten und Spaß haben. Wagga Wuggi. Also wir müssen den Huggi Wuggi Ball small halten. Sozusagen. Wagga Wuggi. Wagga Wuggi. Huggi Wuggi. Sure. Nuh. Nuh. Welcome to Wagga Wuggi. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. Okay. Reactionstest. Huggi Wuggi Wuggi will be provided to you for this test. Around you are 18 sizeable holes. An adorabel Huggi Wuggi Wuggi toy could appear out of any one of these holes. Jetzt da kamen die Huggi Wuggis raus. Und dann hauen wir dem mit dir unseren Grabpack hier in die Schnauze. Und dann hast du es ja schon gewesen. Das klingt doch super. Na gut. Ach du Scheiße. Hier. Hier. Rot. Hier. 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 In die Fresse. Hier. 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 Ja. Hier. 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 Ich sag mal, gucken wir jetzt, probiere es nochmal, wenn es nicht klappt. Leicht Helligkeit. Hochdrehen. Ach. Success. Ach. You did it. I did it. I did it. Yes, mommy. Mommy has another hint for you. Who is this? Right here. Danke für den Coup. Pick up Train Code. Okay. Fick dich. Verbiss dich. Lala oder was? Ein großes Tor für mich. Als großes Gewinner. Hier unten geht es nicht weiter. Oh ne. Ich schwöre den Hagiwagi. Jetzt in lila und in pink. Komm mal die Tür auf. Danke. Ich hau dir aufs Maul. Komm her. Wie bist du? Wie bist du? Oh. Jetzt geht's dritter. Beep, beep, beep. Gees. Habt ihr diese schon mal gespielt? Du bist so gut. Es scheint, wie du bereit bist für das letzte Spiel. Statue. Seid ihr Mami nach den Städten eine letzte Mal. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag auf der Spielstation habt. Bis zum nächsten Mal. Ja klar. War total lustig und schön. Ja. Ah. Zwei Hände. Bin ich wieder dämlich. So. Auf geht's. Wuhu. Ah, hier geht's weiter. Ah, das ist so easy. Okay. 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 Das ist alles. Good luck. Hier. Also, das ist ja wie... Wenn das Licht aus ist, dann kann ich mich bewegen. Und wenn es an ist, dann kann ich nicht weiter machen. Sorry. So. So sad to see the kids go. They call me mommy because I was the closest thing they ever had to one. But they come for games. And never come back. They left mommy to die alone. Mommy, did you deserve that? Klack dich nicht so. Also, die mag uns nicht, weil wir hier mal gearbeitet haben als Person. Okay. Und jetzt. Oh. Zu sehen. Shit. Ich fuhlt. Wird er mit uns hier drinnen sehen? Ich glaube nicht. Ah! Shit! Also, selbst mit dem Licht, wenn es an ist, ist es da drinnen unsicher. Na gut. Das schaffen wir doch jetzt nicht. Das ist doch easy! Die anderen zwei Spiele. Messer. Wir sind fast durch. Go. Go, 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 go. Okay. Jetzt. Shit. Shit. Kommt! Wie ist man denn überhaupt denn? Da ist ja noch geröll. Shit. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Ja, wie jetzt? Jetzt kommen wir noch nicht weiter oder? Was ist man denn hin? Was ist denn hin? Was ist denn hin? Ich bin hin? Ich bin hin. Ich bin hin. Ich bin hin. Ich bin hin. Ah, wir hauen ab hier. Du, alter Schreckschrauber, du. Wir haben es geschafft. Oh, shit. Ähm. Nee, mach dich, Brot. Nix da, ich hab Pferd gewonnen. Alter. Scheiße. Wer spielt da jetzt? 10, 9, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo, yo. Ist ganz einfach. Oh, nee. Nee. Komm hier drüch. Shit. Scheiße. Scheiße. Ich komm jetzt. Nee. Nein. Oh, shit. Äh, was ist denn das nun wieder? Kann doch keiner lesen. Shit. So. Let's go. 윽. Mm. Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! 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 Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! 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 Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! 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 Ja, ja!